Schiedsrichter, und dann heißt es dann am Ende, gib mir doch mal noch dein Trikot, ja? Ja, das ist Emotion und das ist nicht geprobt, nicht ausgedacht, sondern einfach so von Menschen zu Menschen. Und das gefällt mir. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was zu ihm passt. Weil er auch für alle Leute, guck mal, er selber überrascht, glaube ich. Aber es sieht so aus, als ob Wandel Gräfe ihn gebetet hat, oder? Also Wandel Gräfe sagt hier, du versaufst was der Leiste und wahrscheinlich, aber vielleicht war das auch ein Kapitän, der für Schiedsrichter einfach auch ein fairer und angenehmer Partner auf dem Platz war.